Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Auflösungsvideo zu dem Keyway von den zwei Farmers War Cages. Sorry erstmal, dass das Video zu spät kommt, nicht wie geplant am Sonntag online kommt und zwar für die Leute, die mir auf Twitter folgen, die wisst ihr auch Bescheid. Denk ich mal, dass mein PC, ja, besichert ein Problem mit meinem PC und zwar mit meinem Mainboard und habe jetzt die letzten Tage damit verbracht, dass ich mit dem Support von meinem PC, wo ich den halt herumetelefoniert habe und mir Mails geschrieben, die Fehler zu beheben, was das sein könnte und so weiter und so fort. Jetzt nach drei Tagen habe ich es, dann haben wir sozusagen den Fehler gefunden und behoben können. Und ja, also sorry dafür, nur dass ihr halt auch Bescheid wisst, warum das Video jetzt erst mitkommt und nicht wie geplant am Sonntag. Zu gewinnen waren ja schon, habe ich ja erwähnt, die zwei Farmers hier, die Vorkage. Das Ganze ging hier über Klim, da werden wir jetzt auch die Gewinner ziehen. Die zwei Gewinner sind einmal Obino, er hat durch die Aktion durch Sitalmon Facebook gewonnen und einmal Marcel Gerland durch einen Tweet von Twitter. Ich werde euch zwei per E-Mail, sage ich mal, so denke ich mal, ja per E-Mail benachrichten, benachrichtigen. So, ich bin gerade komplett behindert. So, mal Glückwunsch an euch. Und was ich dann noch mit euch kurz bereden wollte, und zwar habe ich ja noch die letzten Tage ohne PC sinnvoll genutzt und im Keller angefangen sozusagen umzubauen und so entrümpeln, damit ich da unten eine Art Gaming Raum einrichten kann. Und da habe ich mir halt auch überlegt, ob ich dazu Videos machen soll, wie der Raum halt entsteht, so ein paar kleine Eindrücke zeige und dann auch zeigen kann, was ich da dann für Hardware oder so Sachen reintun, wie ich was mache einfach. Falls ihr Interesse habt, einfach bei der Entstehung von dem Gaming Raum dabei zu sein, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich dazu wieder auch Videos machen. Und sonst war es das dann auch wieder. Also, sorry nochmals, dass das Video halt jetzt erst am Mittwoch kommt, aber ging ja nicht anders. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir auch momentan sehr viel. Ja, schreibt mir in die Kommentare wegen dem Gaming Raum, ob ich da halt Videos dazu machen soll oder nicht. Ansonsten lasst mir ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann sage ich auch, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Outro